Daisho Bio-Energy bei Artila Hildmann Daisho Wake the Warrior Mahlzeit Leute, euer Andi Bosse zur zweiten Episode Boss Talk Und ich fange gleich mit eurer Frage an, eine sehr komische Frage muss ich sagen heute Und zwar, euch zu, genauso wurde sie mir gestellt, Bestechung durch, nee nicht durch, von Judges Also vom Kampfgericht beim Wettkampf, gibt es viele weibliche Athleten, die für eine bessere Platzierung ihre Reize spielen lassen Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage direkt so kann ich gar nicht beantworten Weil ich ehrlich, ich selber persönlich davon noch nichts gehört habe, aber ich beantworte es euch mal anders Es sollte natürlich in dem Sport nicht so sein, dass irgendwelche Bikinifrauen ihre Nippel blitzen lassen Oder mal sich von irgendeinem Kampfrichter den Schlüpper zur Seite ziehen lassen, damit sie da vorne besser aussehen Sondern es sollte alles schon auf sportlicher Atmosphäre und auf sportliche Art und Weise auch da oben gewonnen oder platziert werden Das ist manchmal so in allen Verbänden im Übrigen, in allen Verbänden immer so eine Sache, was für mich viel wichtiger ist Das heißt, dass im Kampfgericht bei den Judges unten keine Leute sitzen, die in der Meisterschaft, in der gerade laufenden Meisterschaft zum Beispiel auch als Coach arbeiten und da ihre Leute stehen haben Das passiert hier und da immer noch und das dürfte nicht passieren, weil da sind wir uns einig und da bleibe ich auch immer mit einer Meinung klar Auch in unserem Verband, dem NAC Germany dabei, dass ich sage, das funktioniert nicht, du kannst nicht unparteiisch arbeiten, wenn du einen Athleten hast und wirst sogar immer ganz unbewusst deinen Athleten auch weiter vorne sehen Egal, ob du es gar nicht bewusst machen willst Ich kann euch eins sagen, ich habe mal 2003 eine deutsche Meisterschaft mitbewertet des NACs als Probejudge Und ganz ehrlich, es war so anstrengend, sowas von anstrengend, auf die schnelle 10, 15 Frauen, Männer, egal was, in ihrer Performance zu bewerten Egal, ob du sie umtauschst, du musst trotzdem innerhalb von kürzester Zeit, 10 Sekunden, mindestens 5 Körper bewerten Und ich sage euch so, wie es ist, ich war abends so im Arsch, weil das so eine harte Arbeit ist und am Ende des Tages sind das normale Leute, so wie du und ich, die da sitzen, die Gefühle haben und die einfach für diesen Moment entscheiden Also ich will es nicht nochmal machen, da wäre ich, also ich sage euch so, ich bin lieber auf der Bühne kämpfen als im Kampfgericht Und da muss man auch für die Leute immer mal wieder ein gutes Wort einlegen Ich glaube nicht, dass da mit Absicht Kampfrichter Scheiße bauen Aber es ist in den letzten Jahren, egal in welchem Verband, immer wieder passiert, dass so Sachen passieren Da habe ich eine ganz klare Meinung zu Es gibt immer noch die Leute, die sogenannten Gym Lover, die ja mal irgendwann einmal auf die Bühne wollen, um irgendwelche coolen Bilder für Instagram zu haben Aber es gibt eben auch die Leute, wie meine Wenigkeit, die seit 1997 auf die Bühne gehen, die das mit Leidenschaft, mit Liebe leben Und sich wirklich ernsthaft darauf vorbereiten, um wirklich am Ende professionell und vernünftig auch dort abzuschneiden Das gilt auch für meine Athleten, die wir vorbereiten Und dann möchte ich auch dementsprechend bewertet werden Und dann ist das Scheiße, wenn da irgendwelche Unstimmigkeiten wegen meiner sind oder der eine den anderen nicht leihen kann Das hat an einem Wettkampftag einfach nichts zu suchen Das ist meine Meinung dazu Aber ob jetzt irgendwelche Kampfrichter mal einen Nippelblitzer da besser bewertet haben, habe ich noch nicht gehört Und trotz alledem bleibe ich auch am Ende dabei Gibt es immer wieder, auch im Profi-Zirknis, gerade in dem Bezeich, immer wieder komische Entscheidungen, die am Ende auch immer wieder für Diskussionsstoff sorgen Nehmen wir einfach nur mal zum Beispiel jetzt Steve Bentin jetzt in New York gerade Steve Bentin hätte an dieser Meisterschaft, wenn man es ganz klar sieht, sogar Vierter werden können Das sehe ich sogar so, ohne eine Steve-Bentin-Brille aufzuhaben oder ihn als 17-jähriger Kumpel zu kennen Sondern einfach, weil es so war und der Erstplatzierte hätte Zweiter werden müssen, der Zweitplatzierte hätte Erster werden müssen Also ihr seht, auch in dem Niveau, das Thema hatten wir schon mal, Profi-Bodybuilding Gibt es Scheiß-Bewertungen, deshalb sollte sich immer jeder überlegen, was er in seinem Leben wirklich am Ende werden will Aber wie gesagt, Bestechung in dem Fall, in dem Sinne, habe ich noch nicht gemerkt Ich bin raus!